Das Gran Hotel Atlantis Bayer Real liegt in Coalillo in Fuerteventura. Das Gran Hotel Atlantis Bayer Real ist beliebt unter den Gästen. 87% empfehlen das Hotel weiter. Das Hotel hat eine sehr gute Bewertung. Die 190 Gäste die das Hotel bewertet haben vergeben durchschnittlich 5,3 von 6 Sonnen. Nun die Bewertungen im Detail. Zimmer. Die sehr sauberen Zimmer schätzen die Gäste und vergeben insgesamt 5,7 von 6 Punkten. Hotel allgemein. Sowohl die Sauberkeit als auch der Zustand des Hotels wird von den Gästen gelobt, was sich durch eine sehr guten Bewertung von 5,5 Sonnen von 5,5 Sonnen widerspiegelt. Service. 5,5 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Gastronomie. Außerordentlich gut werden die Speisen und Getränke sowie die Atmosphäre und Sauberkeit des Restaurants des Hotels von den Gästen bewertet. 5,5 Sonnen erzielte diese bei der Bewertung der Gastronomie, Sport und Unterhaltungsprogramme. Die Gäste sind mit dem Angebot an Sport und Unterhaltungsprogrammen sehr zufrieden. Das Hotel erhält in dieser Kategorie 5 von 6 Sonnen. Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,5 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.